Dieser Film hat kein Ende, nur einen Notausgang. Es war einmal in einer weit entfernten Galaxie. In der Hoffnung, so viele Goodies wie möglich abzustauben, liefern sich zwei junge Medienkollegianerinnen einen erbitterten Kampf. Kein Stand ist vor ihnen sicher. Kein USB-Stick kann sich verstecken. Kein noch so verbrannter Muffin kann ihren Appetit zügeln. Richtig absterben, Spielkarten, USB-Sticks, Sonnenbrille und ganz nebenbei deinen Traumjob finden. Komm uns besuchen! Visio – eine zündende Idee Das WIR Wie kann jemand sein? Vielen Dank.